Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück. So, heute geht es zur Auflösung von unserer Aufgabe und ich könnte mir vorstellen, dass einige dabei Schwierigkeiten haben, denn es war wirklich nicht einfach. Das Problem liegt vor allem dabei, dass zunächst einmal hier in dieser Vorschleife die Schleifenvariable, Buchstabe nennen wir sie einfach mal, die ist nicht überschreibbar. Das ist ein Value und ja, das ist auch durchaus sinnvoll, denn wenn ich diese Variable hier überschreibe, dann überschreibe ich oder würde ich theoretisch nur den Wert in meiner Schleife überschreiben. Ich überschreibe dabei nicht den Wert innerhalb meines Arrays, das geht hier drin nicht. Das heißt, wenn ich hier sehe, ich schreibe hier einfach mal ein C rein, einfach nur so ohne Berechnung, ohne irgendwas, dann steht hier Value Cannot Be Reassigned, weil das eben hier nur ein quasi Wert innerhalb meiner Schleife ist und der eigentlich nichts mehr mit meinem Array zu tun hat direkt. Das heißt, ich kann da nicht mehr drauf zugreifen und nicht reinschreiben. So, das heißt, ich brauche irgendwie eine andere Methode, um in Arrays reinschreiben zu können und dazu habe ich euch letztes Mal das hier gegeben. Nun kann ich hier einfach hergehen und sagen, mein Array von Index und ja, damit kann ich irgendwas machen zum Beispiel. Zum Beispiel kann ich ihn ausgeben, Print. Ups, warum bist du so weit vorne genau? So, ich kann zum Beispiel mein Array anstelle Index printen, was natürlich nicht funktioniert, wenn ich diese Variable verschlüsselt hier noch habe. Da sollte eigentlich kein Fehler mehr drin sein. So, hat ja auch funktioniert. Wir sehen hier unter Errors eine Sache. Nein, es muss keine Type Declaration haben. Das stimmt so nicht. Es kann eine haben. Es muss aber keine haben. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade hier einen Fehler um die Ohren wirft. Wir schreiben einfach mal diese Deklaration hier hin. Es ist nämlich ein Charakter, was wir ja auch wissen und ja, dann funktioniert es auch. Okay, keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Auf jeden Fall können wir so auf das Array genauso zugreifen. Es ist halt nur ein bisschen umständlicher, wenn ich durch die Indizes durchrattere, anstelle von direkt meinen Buchstaben. Aber so kann ich immerhin was machen. Nun, was würde denn passieren, wenn ich jetzt hier zum Beispiel überall ein C zuweisen würde? Dann bekomme ich auch einen Fehler, denn hier steht was ganz komisches drin. Ich zeige euch mal ganz kurz die Fehlermeldung. Die finden wir hier unter Problems. Und die ist ein bisschen klein für euch. Ich versuche das mal hier ein bisschen. Ich kriege es nicht größer. So, da steht dabei, dass das Ganze NoSetMethodProvidingArrayAccess. Das Problem ist, dass diese Strings ein kleines bisschen sich anders verhalten als Arrays in Kotlin. Und das merkt man vor allem beim Zuweisen. So, das bedeutet aber für uns im Umkehrschluss, wir können kein String verwenden. Wir können unser wunderschönes, naja, Komplott hier nicht vollenden. Wir können nicht einfach ein String verwenden, um dort dann was reinzuschreiben. Das heißt, ich habe euch eigentlich so ein bisschen angelogen. Strings sind nicht exakt Character Arrays. Sie verhalten sich ein kleines bisschen einfacher. Sie bieten nicht ganz alles an, was Character Arrays anbieten, aber sie bieten euch dafür eine leichtere Lesbarkeit, eine leichtere Bearbeitbarkeit und so weiter und so fort. Und vor allem viele, viele Methoden und Funktionen, die wir noch alle uns angucken. Okay, vielleicht nicht ganz alle, aber viele davon wollen wir uns noch angucken, separat. Das heißt, das können wir auch nicht machen. Außerdem wollten wir sowieso das Ganze in eine separate Datei haben, wobei wir können hier mal Folgendes probieren. Wenn wir hier eine Variable draus machen, dann sehen wir hier, ja, es geht trotzdem auch nicht. Also ich kann es trotzdem nicht verwenden. Und wir kriegen trotzdem genau denselben Fehler. Also es hat damit nichts zu tun. Was wir jetzt also machen, ist, wir wollen ein Character Array haben. Also es geht natürlich schon mit Strings, keine Sorge. Das ist jetzt die umständliche Variante, die wir hier machen. Aber das habe ich euch noch nicht gezeigt. Character Arrays kennt ihr schon. Das heißt, wir gehen wieder zu unserer Verschlüsselt-Variable zurück. Und das ist jetzt eine Variable vom Typ Array. Und zwar, wir könnten eigentlich direkt ein Array Off machen. Array Off. Und hier können wir dann reinschreiben, was wir haben wollen. So, jetzt sagen wir hier einfach, wir wollen wirklich, äh ja, ähm, elf Buchstaben haben. Das heißt, einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und ich meine, das waren zwölf, ne? Zwölf Stück wollen wir hier haben. So, und jetzt können wir nämlich das Ganze folgendermaßen machen. Wir können hier einfach sagen, verschlüsselt von Index gleich C zum Beispiel. Und das, siehe an, läuft durch. Jetzt haben wir nur ein Problem. Printline verschlüsselt. Da passiert folgendes. Wir kriegen einfach nur, ähm, das Objekt in unserem Speicher zurück. Also wir kriegen quasi einen Ort, an dem das Objekt im Speicher steht zurück. Das funktioniert so nicht ganz. Das heißt, wenn wir jetzt unser Character Array ausgeben wollen, müssen wir das leider so umständlich machen, wie wir das hier gemacht haben. Und zwar müssen wir hier ein Print, ähm, von diesem Character Array ausgeben. Das heißt, wir sagen hier wirklich Buchstabe. Und zwar in verschlüsselt drin. Das heißt, wir rattern da einmal durch und sagen, jeder Buchstabe in verschlüsselt, gib den mal bitte aus. So, und das sollte jetzt aktuell gerade einfach nur ein Haufen Cs sein. Weil wir natürlich noch keine Berechnung gemacht haben. Jetzt müssen wir noch die Berechnung machen, damit das Ganze auch wirklich hier Buchstabe plus 3, also quasi ein Caesar Cipher wird. Also sagen wir hier Buchstabe. Achso, ja, ähm, ja, ich bin doof. Ähm, mein Array, ich war gerade leicht praying AFK, ähm, von Index plus 3. So, und jetzt sehen wir, aha, das Ganze hat offensichtlich funktioniert. Und was ich jetzt habe, ist, ich habe ein Array mit diesem verschlüsselten, ähm, Text hier oben drin. Ja, das heißt, wir haben das Ganze hier soweit eigentlich fertig. Wir sind jetzt nur leider nicht mehr ganz so flexibel, wie wir davor waren. Wir können nämlich hier nicht mehr einfach so die Größe von diesem Array ändern. Das ist jetzt wirklich eine feste Art und Weise. Dazu gibt es Listen, dazu später mehr. Ihr werdet das Ganze noch deutlich, deutlich besser machen können. Keine Sorge, jetzt wollen wir allerdings das Ganze noch in einen String zurück umwandeln. Denn so, naja, so ist es halt ein kleines bisschen ärgerlich, ne? Aber im Endeffekt wäre das auch schon eigentlich eure Aufgabe gewesen. Also, ähm, ja, ihr seid hier quasi soweit fertig. Ihr könnt ja auch durch dieses Array nochmal durchlaufen und zum Beispiel Buchstabe minus 3 ausgeben. Und dann bekommen wir wieder, bam, hello world zurück. Also es funktioniert schon alles wunderbarstens. So, und das können wir einfach machen, indem wir hier sagen, ähm, weil, ähm, encrypted, wir nennen es jetzt Englisch encrypted, weil wir so cool sind, String ist gleich String von verschlüsselt. So, leider, wie wir sehen können, funktioniert das Ganze nicht so richtig. Und das ist ein kleines Problem. Ähm, da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, Kotlin hat da so ein kleines bisschen Schwierigkeiten, was das angeht. Ist nicht ganz so geil. Ähm, man muss tatsächlich hinten dran nochmal Punkt to char array aufrufen, damit wir hier ein out char array bekommen. Ähm, das ist eine interne Variante, die man leider einfach braucht. Ich weiß nicht genau, wieso das so kompliziert gemacht wurde. Aber, nun ja, so kann man auf jeden Fall hier, ähm, auf dieses, äh, von diesem char array, was wir hier oben selbst erstellt haben, das wir dann auch befüllt haben mit Inhalten, in ein char array konvertieren und das wiederum in ein String konvertieren. Und jetzt haben wir einfach einen normalen String in der Hand sozusagen, mit dem wir dann auch wirklich was machen können. Also, Printline encrypted zum Beispiel. Ups, sollte natürlich in die Klammern rein. Encrypted zum Beispiel. Und ja, das sieht jetzt dann folgendermaßen aus. Das kennen wir schon alles. Und jetzt können wir mit dem auch tatsächlich machen, was wir wollen. Wir können zum Beispiel auch einfach sagen, hey, wir wollen das vierte ausgeben oder sowas. Und dann sehen wir, dass das hier ein R ist. Also, eigentlich ist das der fünfte Eintrag, aber ja, ähm, Encrypted von vier. Genau, und so funktioniert das Ganze. Ist ein bisschen umständlich geworden, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass ihr nachvollziehen konntet, wie das Ganze funktioniert, dass es nur einige Sachen eben neu für euch waren. Vor allem, dass das hier sollte neu für euch gewesen sein. Das war aber auch nicht mehr Teil der Aufgabe. Alles klar. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.